Hallo und willkommen zurück, Freunde, hier auf diesem YouTube-Channel. Heute steht tatsächlich die Generalprobe des Posings an für einen meiner Wettkampfklienten, denn der Ben, zugleich auch mein Spracher, startet morgen auf dem Invictus Cup. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit auf die Reise, schauen wir uns mal an, wie seine Form so aussieht. Vorab gibt es aber noch mal ein Frühstück. So, Amigos, das ist der Ben. Der Ben geht morgen ab auf die Bühne. Invictus Cup steht an und dementsprechend ein paar Fragen an Ben. Ben, wie alt bist? Ich bin 29. Und Gewicht und Größe, einfach mal ein paar Daten. Ähm, aktuell Kampfgewicht 112, 113 Kilo. Allgemein, ich fühle mich gut, jetzt wo das Ende in Sicht ist. Die Prep war wirklich anstrengend und hart, 21 Wochen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Äh, und es ist auch mein erster Prep, also allgemein mein allererster Wettkampf. Aber, ja, es war eine geile Zeit. Es war eine interessante Erfahrung, definitiv. Ich wüsste nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber jetzt haben wir mal, dass wir diesen Cup rocken. Es ist schon auf jeden Fall sehr kräftezehrend, so ein Prep, also kann ich auf jeden Fall verstehen, dass das nicht für jedermann was ist. Aber ich finde, du hast auf jeden Fall richtig gut durchgezogen. Ganz echt stolz auf dich sein, haben wir ein gutes Paket abgeliefert. Und morgen wird es dann richtig geil, wenn dann noch Farbe drauf ist, wenn Glanz drauf ist, dann wirkt es nochmal ganz anders. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen die Posen durch, schauen wir uns mal das Paket an. So, Frontline-Up, please. Sehr schön. Geht doch vielleicht nur ein Meter nach vorn, dass es ein bisschen besser fällt. Ein Meter nach vorn geht, genau, dass es ein bisschen besser fällt. Sehr schön. Mit Section kommst du gut durch. Yes. Gefällt mir auf jeden Fall. Soweit sehr gut. Carbs kommt mir auch schon recht schön an. Und wenn dann morgen noch richtig der Pump drin ist, plus eben Glanz und Farbe drauf sind, dann wird das auf jeden Fall richtig brutal rüberkommen. Sehr nice. Wir waren jetzt gerade noch in der Sauna. Ben war auch mit am Start. Es hat sich nämlich einfach in letzter Zeit immer gezeigt, dass er am nächsten Tag eine deutliche Formverbesserung gehabt hat. Und das wollen wir uns natürlich für morgen auch zunutze machen. Jetzt stehen tatsächlich die ersten zwei Farbschichten an. Ben steht auch schon bereit. Oh yeah. Beine sind schon vorgebräunt, würde ich sagen. Jetzt machen wir den Oberkörper noch. Farbe, Farbrolleur stehen auch bereit. Christina war schon fleißig. Jetzt gehen wir noch weiter Gas. Farbe, Farb, 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 Farb. So, Amigos. Die ersten zwei Farbschichten sind drauf. Schaut folgendermaßen aus. Tada. Tada. Oh yeah. Sieht doch ganz ordentlich aus. Damn, die Apps, die ballert mal richtig ordentlich raus. Dann haben wir ready für morgen. Das würde ich auch sagen. Morgen gibt es noch eine weitere Schicht. Und in diesem Sinne wünsche ich dem lieben Ben ein gutes Nächtle. Au rei. Ciao, ciao. So, der Ben hat nun Farbe drauf. Sieht auch, finde ich, richtig, richtig gut aus. Und morgen in der Früh geht es dann auch schon ab nach München auf den Invictus Cup. Dort wird der Ben in zwei Klassen antreten. Einmal in der True Novice Mans Physik Klasse und einmal in der regulären Mans Physik Klasse. Von dem her, das wird auf jeden Fall auch richtig, richtig spannend. Bekommt es natürlich ebenfalls zu sehen. Allerdings in einem separaten Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Channel für weitere Videos. Und ja, wenn ihr mich supporten möchtet, könnt ihr gerne bei ESN.com mit dem Code True immer den besten Deal abstauben. Würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. In diesem Sinne, peace out und bis zum nächsten Video.